da werden wir wieder aus gleich was eingestürzt verteidige dich jetzt gibt es doch nicht, das Vieh lässt uns, das wäre einfach nicht sterben, das würde es einfach nur holen lassen vorher weiß das Vieh genau das, dass es, das verteidigen muss auch so eine unglaubliche Sache oder es kann es gut zuhören das kann es natürlich auch sein, als ich gut zuhören konnte so, ähm, da vorne ach so nahm ne, Kloppe ne, keine Kloppe ne 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 bek kitsch das ja noch auch mal genug zack zack der kohle der kohle den tage zerstören natürlich kann ich von hier aus zerstören ja jetzt kann ich von da aus zerstören na klar diese eine treppe ist kaputt ja jetzt geht's die centralen kohle die centralen kohle müssen die unterricht werden bevor der terraformer funktionieren ja 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 core software ja ich weiß das da wieder reparieren den kern der terraformer verteidigen das war so viel spaß ja 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 das bitte einmal sein lassen hätte es die kern zu zerstören danke Der Kern war teuer zu reparieren. Hey, was hast du gesagt? Keine Kerne zerstören. Es ist verboten. Really? Ihr wollt auch das nicht sterben, oder? Woher wissen die das? Woher wissen die das? Bloß, dass ich das verteidige? Komm, Terraformer! Los, 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 los! Los, los! Los, los! Los, los! Los! Los, los! Los, los! 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 und ja das war's mit den let's play von red faction aber ich muss sagen das spiel hat viel spaß gemacht die stimmelischen alles zerstören was möglich ist und ja wie gesagt ich hoffe das hat euch gefallen und ja ich würde mich gerne auf den daumen nach oben freuen und das immer hell ich hasse ihn er kann wo springt gut glückwunsch sie haben es geschafft damit der neue spiel plus g sowie mister tue freigeschaltet ja das zeige ich mal wir haben ist der tue freigeschaltet jetzt zeige ich das ganz kurz mal weiter die plage was ok ok gut mal sind ab morgen in der station erwischen spiel beenden jetzt haben wir cheats zur verfügung position skizzen modus gut so fertig abgelockte namen und superkampf und das position spiel beenden ja so schwer ich möchte euch noch das mister tue mal zeigen spiel laden neue spiel plus ja ja auf normal jetzt kann man alles überspringen jetzt zeige ich euch das mal mister tue auf jeden fall bei mister tue du bist ein schlacht So So, jetzt muss ich einpacken Genau, mir geht's gut Na, jetzt müssen wir das total schneller machen So, jetzt muss ich gucken, ob ich jetzt auch gewollt So, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt auch eine Station finden hier Ach, hier, genau Jetzt können wir uns eine Mission, Mr. Tuf holen Das ist für mich selber das Highlight Ihr seht, das wunderbare 100 Oh, es mag mich Oh Und jetzt seht ihr was ganz besonderes Das ist Mr. Tuf Nado-Energie Detektiv-Movement Es ist die Kulteste Hier geht's, Sam Ja Ihr seht, Mr. Tuf Ein wunderschöner Ein Pferdchen war's Ähm, ich will noch ein Gegner erwischen Ich will noch ein Gegner erwischen mit euch Die Verpuffen Ist das nur witzig Ah, jetzt habe ich Mr. Tuf auch Ja, das war's mit den Let's Plates Red Faction Armageddon Ich habe gesagt, allgemein Es hat euch gefallen Und ja, mit Mr. Tuf habe ich nur das Let's Play verendet Und ich hoffe, wie gesagt Ich würde mich gerne auf den Daumen rufen Und ja, bis zum nächsten Mal bei dem nächsten Let's Play Und auf Wiedersehen